Meine Damen und Herren, am 14. März wird in Hessen gewählt. Es ist Kommunalwahl und die Ausländerbeiräte werden in Hessen gewählt. Etwas Besonderes dieses Jahr bei uns im Kreis Offenbach. In allen 13 Städten und Gemeinden werden Personen zur Wahl des Ausländerbeirates antreten. Die Ausländerbeiräte sind für uns politischen Entscheider wichtige Ansprechpartner und es hat sich ein enges Vertrauensverhältnis über die Jahre zwischen der örtlichen Politik und den Ausländerbeiräten entwickelt. Die Ausländerbeiräte sind wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und auch für die Einflussnahme unserer ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sonst bei Wahlen nicht wählen gehen können. Also Sie sehen, Einflussnahme auf die örtliche Politik ist möglich mit Ihrer Stimme, mit Ihrem Engagement für die Ausländerbeiräte. Deshalb noch einmal meine Bitte, wählen gehen mit Ihrer Stimme, stärken Sie die Position der Ausländerbeiräte. Untertitelung des ZDF, 2020